So, willkommen zurück. Ich nehme seit langem mal wieder was auf. Wir sind in der Nacht. Was brauche ich denn da? Äh, Lillipads bei Wasser da ist das. Die auf jeden Fall. Hm, hm, hm. Nebel ist auch noch da. Ah, war das egal. Ähm, hm. Hm, hm, hm. Let's rock. War vielleicht nicht die beste Wahl, aber es ist eine. Ich hasse es, wenn das nur so lange braucht, wenn man seine zweite Blume packen kann. Ah, deswegen sind's ja Nachtlevel. Ich hoffe, dass der erste, der jetzt nicht gleich durchs Wasser kommt, weil er bin ich ein bisschen am Arsch. Ich weiß nicht. Nein, da kommt er. Nein, da kommt er. Nein, da kommt er. Nein, da kommt er. Du wirst sowieso sterben. Und zwar ein sinnlosen und qualvollen Tod durch meine Pilze. Ich habe jetzt erstmal so lange kein Problem, wie sie nicht durchs Wasser kommen. Okay, genug Sonnen. Kann ich mal hier Lillipets spawnen. So, ist wahrscheinlich mal ein bisschen Sonne. Und das ist die erste Doppel-Sonn-Blume-Irgendwas. Oh, der war schon so ein Doppel-Sonn-Blume-Irgendwas. Oh, der war schon so ein Doppel-Sonn-Blume. Oh ja, dann gleich der Nächste. Ein Repeater. Opsa, fuck. Okay. Geld. Äh, was brauche ich denn jetzt noch? Ich brauche hier überall Repeater. Und ganz besonders an Wasser. Und ganz besonders an Wasser. Okay. Okay, okay, okay. Jetzt habe ich gleich die erste Reihe Repeater. Und dann... Ich weiß nicht, was mache ich denn hier rein? Ich glaube, da lasse ich die Puffrooms. Und setze dann dahinter Walnes-Blume. Die erste Welle. Ich habe jetzt keine Kaktele mit, weil ich durch diese Dinger hier die Typen aufbauen kann. Und dann... Ich habe das Glück. Und dann... Oh nein... Aha. Oh scheiße... Oh scheiße, oh scheiße... Mal sehen Muss ja auch mal sein So... So ein Produktionsfeld Und ich hör schon wieder einen Anfliegen Und genau da Oh fuck Warte Klappt So und du bist dagegen gesucht Ist schön Ey Die Telefine Keine Skin So wie soll Nein Sobald die einmal unten sind Hört Ja Hintritt Ich muss das mal Mit den Windfluss geht es ganz gut in der Verwick Das sollte reichen. Das nächste Beteiligung. Geht weg. Und dann aboden. Ein Tako! Yes! Ein Tako! Ähhh, na was mache ich wohl mit einem Tako? Ja, den gebe ich Crazy dir jetzt! Ich hab seinen magischen Taco gefunden. Er gibt mir 1000 Dollar dafür. Warum gibt der so viel Geld für den Taco aus? Weil der verrückt ist. Juhu, neue Items. Juhu, die Dinger sind geil. Die werd ich mir holen. Next Level. Oh, was ist denn das? Oh mein Gott. Ähm. Okay. Achso, ich muss die Vasen zerschlagen und dann kommt da irgendwas raus. Okay. Okay. Suck. Okay. Okay. Ich muss das nochmal. Jetzt möchte ich erst die Pflanzen hier machen. Okay. Oh ja. Zack. Oh nein. Das war nicht gut. Also warte ich jetzt bis der vorne ist und dann score schon. Oh nein. Das war nicht gut. Ja. Also warte ich jetzt bis der vorne ist und dann score schon. Oh, die letzten. Na, dann machen wir das so. Ähm, hm. Hm. Hier ist ein Hupen-Schrauben wieder. Oh ja. Das ist wirklich meine. Oh. Nein, 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 nein. Oh. 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 Ah, dann haben die Zeichen auch mir verspendet, aber egal. Wenn nämlich die zwei Miss, die auf der letzten Linie treffen, ist immer noch einmal, dann haben wir die Probe. Okay. Okay. Und du... Meine... Oh, das sind doppelt siamesische Epsom-Geschütze. Split P. Ach, sie schießen auch rückwärts. Und das ist jetzt wichtig für die Leute, die hier sind. Die buddeln sich nämlich hinter... Ähm... Eure Einheiten. Okay. Das war's für diesen Teil. Bis zum nächsten Part. Ja, hier.